Was glaubt Leute, heute ist soweit, wir spielen wieder Vater Simulator, also who's your daddy? Heute wird es auf jeden Fall wieder mega mega lustig, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, wer wir als Baby spielen oder als Erwachsener werden, so witzige Sachen machen, zum Beispiel auch mit dem Mülleimer Ruhmümpfen, einfach mal in der Waschanlage sein von der Küche Leute, also ganz entspannt in der Spielmaschine und auf jeden Fall noch viel, viel mehr lustige Sachen, lasst euch aber gerne ein Like und Abo da, wenn ihr noch mehr sind wollt, Freunde, ich würde sagen, viel Spaß im Video, abwachen! Baby Broxo! Baby Broxo, bist du, da bist du ja mein Kleiner! Nein, 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 ey, was hast du denn für ein Outfit an, ey Papa, was ist los bei dir? Hallo! Papa! Baby Broxo, na, wie geht's dir, alles gut? Nee, nicht alles gut. Was soll das denn heißen, sag mal? Du siehst komisch aus, muss ich sagen. Ja, ich hab mich mal ein bisschen, ich hab mich ein bisschen umgezogen für dich extra, denn du hast ja auch bald Geburtstag, weißt du, ein bisschen vorbereiten. Ja, weiß ich, weiß ich. Ja, na, wenn ich gehst, hier, willst du ein bisschen spielen hier mit dem Ball? Gerne. Bist du hier jetzt? Nein, 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 ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Ach, da bist du doch, ich seh dich doch, komm mal her hier. Warte mal, komm mal her. Du kriegst jetzt erstmal hier, was kriegst du zu essen? Sag mir, du kriegst hier. Ich mach mal hier schön, so, oh. Mach mal, bleib, nee. Guck mal, hier sind Butter, ey, nein. Was machst du da, komm mal raus bitte. Ey, nein, ey, ey, ey. Papa, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich hab jetzt hier einen Hammer, okay. Und den Hammer, den kann ich auch werfen. Wissen du, sag mal. Alter, weißt du, was ich dazu sage? Das schmeiß ich auf dich da. Oh, 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 oh. Du blödes Baby, sag mal, du bist ja ganz schön frech da. Also, oh, 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 oh. Oh mein Gott, du hast mich genau auf... Ja, los. Ich hab ihn auch ausgenockt, schnell. Ja, dann bin ich wieder oben. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich nehme hier einen Stock und start so. Oh, warte, der ist das automatisch schon alleine. Oh, ich bin jetzt hier gerade oben. Warte mal, wo bist du, Boxho? Ich bin oben. Du bist oben. Wo bist du denn oben, sag mal. Ich hab dich doch hier, ich krieg dich doch hier gerade. Boxho? Oh, nein, nein, nein. Mir reicht's, aua. Ich bin ausgerutscht oder sowas. Warte mal, komm mal her jetzt hier. Du kriegst erstmal hier was zuerst. Pass auf, pass auf. Was machst du da? Aua. Hey. Hey. So, mal gucken, was wir hier so in dem leckeren Kühlschrank haben. Paar Eier. Aua. Ich rutsche die ganze Zeit aus, sag mal. Du hörst auf jetzt, was... Hörst du auf, die Eier zu essen? Ich kann es auch trinken, wenn du willst. Ich kann auch trinken. Alter, Babybrox noch. Ich rutsche die ganze Zeit aus, ey. So, entspannt. Nee, du hörst... Mach zu jetzt. Nein, bitte. Mach zu, doch, hör auf jetzt. Bitte, benimm dich. Benimm dich, bitte. Hier muss doch irgendwo noch Obst sein. Hallo? Ist hier noch Obst irgendwo? Team. Babybroxo, wirst du wohl... Aua, also... Sag mal, ich brech hier auch immer zusammen, ne? Ich kann es mir gar nicht erklären. Hier. Das letzte Ei. Ich nehme auch sonst, wenn ich möchte, das ganze Hühnchen. Ey. Ey, nein, ey. Aua. Jetzt reicht es mir. Aua. Hilfe, ich muss mich reanimieren hier. Okay, pass auf. Ich nehme jetzt erstmal ganz kurz hier was zu trinken für mich. Ja, das kann ich auch. Ja. Das reicht mir. Du schmeißt hier einfach die Sachen auf mich, du. So, ich werde jetzt mal ein paar Eierschalen. Aua. Oh, nein, mir geht es nicht so gut. Hör auf. Nein, es liegt zu viel rum, Papa. Was hast du denn gemacht? Es liegt zu viel rum. Nein. Oh, nein. Oh, ich vape ein bisschen. Ich vape ein bisschen. Lässt du die Zigarette liegen? Ich vape. Ich vape. Alter, du wirst mich wohl angevapet. Alter, was hast du denn? Nein, gib das Ding wieder her. Ich muss ein bisschen vapen. Hast du es gerade gesehen? Endlich wieder mal schön hier am Start. Oh, was ist denn mit dem Stuhl hier los? Das ist ein Geisterstuhl, Daddy. Hey, was hast du denn für ein... Sag mal, Baby, kass mal. Wie siehst du denn aus? So, komm erst mal her hier. Komm erst mal her. Aua, sag mal. Was hast du für ein blödes Gerät? Das ist ein Staubsauger oder was? Ich habe einen Staubsauger hier. Aua. Du fagst mich damit die ganze Zeit ein, sag mal. Kein Problem. Oh, nein. Hör auf jetzt. Lass mich jetzt in Ruhe. Sonst mach ich mal kurz den. Ja, ey, jetzt hörst du auf wirklich. Also nimm dich nochmal ein bisschen. Sonst mach ich den hier. Nee, nee, nee. Hä? Okay, wo willst du jetzt hin, Klein-Baby-Kasper? Was? Hä? Nein, 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 nein. Los! Verlob, du blöde Uhr! Nein, 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 nein. Los! Ja, 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 ja. Los, verlob, verlob. Das funktioniert nicht. Ich habe eine andere Idee. Ich habe eine ganz andere Idee. Warte mal. Daddy, kannst du kurz mit dem Ball... Aua. Was machst du da? Was ist das? Das Wasser? Ich mache hier schon mal ein bisschen, falls du nachher irgendwie was machen möchtest, lege hier schon mal ein bisschen Gas. Ich meine, das ist ja sowieso nicht mein Zuhause hier. So, das Ding kann jetzt auch hier ganz kurz weg. Wie, das ist nicht dein Zuhause? Das wäre dein Zuhause. Weg damit. Nö, ich... Das Ding ist... Das Ding ist... Du denkst es gleich nur. Komm mal in die Küche. Ich wette, du findest mich nicht. Sag mal, ich kriege die Tür nicht auf. Was hast du gemacht? Ja, der ist schuld. Ich habe gar nichts gemacht. Ich muss die nur aufmachen. Sag mal, du bist wahrscheinlich zu schwach. Hey! Du bist schwächer als ein Baby. Na, was? Kommst du rein jetzt, oder was? Die ist abgeschlossen. Die ist nicht abgeschlossen. Jetzt, okay. Hä, ich kann nicht reingehen? Okay. Ey, sag mal. Was hast du gemacht hier? Wo bist du, klein Baby Kaspar? Ich weiß nicht, wo ich bin. Baby Kaspar. Sag mal. Hey. Hey. Hey, hör doch mal. Jetzt pack doch mal endlich diesen blöden Staubsauger weg, Mann. Der ist viel zu stark. Ich habe... Oh, sag mal. Okay. Was machst du? Alter. Oh. Du bist in den Müll? Ey, sag mal, hör mal auf. Hä? Ey, lass mich runter. Ich will drehen. Sag mal, raus hier, du kleines Baby. Sag mal, hör auf. Sag mal. Sag mal, also... Sag mal, ey, nein. Jetzt hör auf mich jetzt hier. Geh nehm. Raus jetzt. Oh. Hör auf, jetzt hier über mich den Müll zuerst. Pass auf, kleinen Baby Kaspar. Ich habe was Nettes für dich. Oh. 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 Ey, sag mal. Oh. Komm her jetzt hier. Oh. Das ist ja richtig cool. Lass mich runter. Ja. Gar nicht schlimm. So, jetzt komm her raus. Kommst du raus hier? Ja. Jawohl. So, ich glaube, du brauchst ein bisschen was. Na, kann das angehen? Ich glaube, du brauchst ein bisschen was. Nein, nein. Nein, Baby Kaspar, bleib bloß hier. Ich habe was Leckeres für dich. Das wird dir gefallen. Ah. Ey. Aua. Hilfe. Ich glaube sogar, der hat so lecker geschmeckt. Äh, Baby Kaspar, ich bin irgendwie oben. Äh. Wie, du bist oben? Ich bin oben. Hilfe. Wie? Ich bin... Ah, ich bin draußen. Baby Kaspar. Baby Kaspar. Du bist draußen. Baby. Man kann eigentlich doch gar nicht raus. Baby Kaspar, ich bin draußen. Ich bin nicht hier alleine. Nein. Kommst du... Ist das ein Mixer? Kommst du raus jetzt hier? Wow, ein Mixer. Das kann eigentlich angehen. Ich muss jetzt hier zugucken oder was von draußen. Stecker in die Steckdose? Gaga Gugu? Ah, die Tür ging auf. Oh, eingesteckt. Und jetzt kann der Mixer aktiviert werden, ne? Da unten ist er. Er leuchtet auch. Und? Mano. Ich komme nicht mehr durch. Baby Broxo, bist du hier? Ich bin eine Spinne, Baby Broxo. Ich habe mich versteckt. Du wirst mich niemals finden. Ich sage dir, du bist jetzt... Ich glaube, du bist hier drin. Ich kann was essen. Ich habe es gegessen. Ah! Hey! Hey, mach das aus! Mach das aus, Hilfe! Oh! Oh! Ey! Es läuft hier so Wasser raus. Na, mein Kleiner. Guck mal hier. Hallo, mein Kleiner. Na, spielst du so schön? Okay. Was ist denn das hier? Gibt es dir gut? Oh, ich esse das mal, okay? Das kannst du ruhig essen. Das ist nämlich Babyfutter. Ja, alles gut. Das kannst du ruhig essen. Oh, mir geht es nicht so gut. Oh, ich kann das auch essen, Pflanzen. Mir geht es nicht so gut. Oh, Pflanzen bringen sogar Leben, oder? Nee, die machen mich nur giftiger. Ich weiß nicht, was die dir bringen. Wirst du wohl da rauskommen? Ey, nein! Du kommst raus und damit wird nicht gespielt. Hast du mich verstanden? Ich komme nicht raus. Oh, weg mit dem Ding. Ich komme nicht raus. Aua! Ich komme nicht raus. Bist du da noch drin? Ja, klar, ich komme nicht raus. Wo ist denn hier? Was hast du da? Was hast du da? Wo bist du überhaupt? Oh! Da bist du ja. Oh! Hey! Hey! Wieso bist du? Ich habe den Lüftungsschach gegessen. Oh, Gravy Boxo. Oh, ich kletter mal hier ein bisschen hoch. Oh, eine Kerze. Oh, guck mal. Ach da. Aua! Hier, komm, jetzt erstmal den Apfel rein mit dir. So. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt rückt sich auch noch aus. Aua, aua. Was kommt denn da noch? So, ich kletter hier mal ein bisschen hoch. Jetzt muss ich mal gucken. Nein! So. Und das Ding ist... Du hast nicht verstanden, sonst mach ich mal kurz den hier. Was ist denn hier? Oh, das nehme ich doch mal ganz kurz. Bleichmittel. Das muss wahrscheinlich richtig gut schmecken. Wie, du Bleichmittel. Das kann ich mir nicht... Oh, was ist denn das hier? Hey, Rock, so guck mal hier, was ich hab. Guck mal hier, was ich hab. Was hast du da? Was ist das? Ich hab' ihn in meiner Hand. Ja, ich seh' das Aquarium. Da ist er, siehst du ihn hier? Und bam! Da springt der Fisch. Siehst du ihn? Nein! Fischi! Der springt rum! Ich esse ihn. Ich hab' ihn gegessen. Oh mein Gott. Hast du nicht gemacht? Ich hab' ihn gegessen. Ich hab' ihn gegessen. Ich hab' ihn gegessen. Ich hab' ihn gegessen. Oh, ich hab' ihn gegessen. Du bist jetzt erstmal ein bisschen nervt. Ja, beim Medikamenten. Dann geht's dir weg wieder ein bisschen besser. Okay, dann esse ich ein bisschen Glas. Ich glaub, Glas sollte besser sein. Glas ist nicht gut. Hörst du auf, hier rumzusammeln? Hier war alles wieder zu... Wirst du wohl hierbleiben? Ich muss hier raus. Ja, ist doch kein Problem. Komm mal her, hier. Wo bist du? Bitte nicht voll machen. Dann mach' ich mal kurz den hier. Alles gut. Alles gut. Du bist da, du bist da schön, du bist da schon richtig drin. Ahhhh! Alles gut. Hier, mach' ich mal kurz den hier. Oh, ich kann noch. Mann, ich rutsche hier auch noch aus. Warte mal, ich hab' jetzt hier... Wo? Ist das, ist das... Ohhhh. Oh, was seh' ich denn hier? Aua! Mann, ich rutsche hier die ganze Zeit aus, so. Hahaha. So, nochmal. Und... Ja, jetzt. So, ich kletter euch doch mal jetzt hier ganz kurz hoch. Mal gucken. Kann ich da noch... Ja, was? Ohhhh! Ohhhh! Ich hab' die ganze Bude eingezündet! Wie jetzt? Broxo! Die Hütte brennt hier unten! Komm mal wieder runter, oder wo auch immer du bist! Ich bin hier gerade auf einer wichtigen Mission. Ich muss... Ahhhh! Ohhhh! Ich hör' dich doch hier drinnen schon wieder. Ohhhh! Ohhhh! Ahhhh! Aua! Du wirst dich jetzt... Ne, machst du dich erstanden! Hier brennt auch schon die ganze Hütte! Aua! Nein! Aua! Mann, was hast du gemacht? Bist du verbrannt? Du hast dich verbrannt! Ja, weil die Bude brennt! Ich bin absolut verbrannt! Das war's von dem Video gewesen sein! Wenn's dir gefallen hat, auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da! Check eins mit meinem Bissi aus! An draufklicken! Auto rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!